Wir haben den Sowjets ein paar falsche Informationen zugespielt, woraufhin sie eine Division in unser Territorium entsandt haben, um eine angebliche Fabrik für schwere Waffen zu zerstören. Diese Fabrik gibt es zwar nicht, aber das muss der Feind ja nicht wissen. Verteidigen sie unsere Basertrappe, solange bis die Verstärkung eintrifft. Sobald die Verstärkung eingetroffen ist, zerstören sie die sowjetische Radarstation, um deren Nachschubwege zu unterbrechen. Schalten sie dann die verbliebenen Truppen aus. Ja und damit moin moin, herzlich willkommen zur dritten Mission in Polen. Unser Aufteil ist es, diese Fake-Basis zu verteidigen und ich können auch nicht wirklich viel bauen. Werden wir auch angegriffen, kümmert euch mal darum. Elektroinfanterie, fahr da mal ein bisschen nach vorne. Du hilfst mal den Panzern hier links. Die Raketeninfanterie kann nach oben und uns aushelfen, dass sie den übertrappen, da brauchen wir keine Sorge haben, deswegen können wir auch nichts bauen. Du hast genug gekämpft. Wir haben hier angefahren. Hier haben wir abgeschossen. Okay. Wie sollst du dem eigentlich helfen? Der bleibt hier stehen. Hier unten habe ich noch eine Allerie. Können wir mit nach oben ziehen. Die Infanterie kann man eigentlich nur nach vorne. Von unten greift uns ja nichts an. Die kann ich nicht mehr bauen. Ich baue noch ein paar Raketeninfanteristen, würde ich sagen. Ich glaube, die kann ich eher gebrauchen. Wobei, ein bisschen was zum Scouten wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Wir gehen mal hier nach oben. Gehen wir mal nach links. Gehen wir mal nach rechts. Gehen wir mal nach oben. Du kannst hier nach unten. Du kannst hier nach unten. Oh, okay. So viel dazu. Geh mal dich mal da drum. Ihr könnt hier hinter der Mauer doch eigentlich auch ganz gut in Deckung gehen. Und vor allem immer ein bisschen verteilen. Können wir hier ein paar Fässer. Die können wir mal in die Luft sprengen. Oder nicht? Möchtest du nicht? Doch, die möchte ja. Hier haben wir auch ein paar Fässer. Freuen wir uns mal an die Luft. Das hat aber nicht viel zu ringen, oder? Oh, da sind Kissen und versteckt. Okay. Der Geld nehme ich natürlich immer gerne. Gerade für die Reparatur. Hier ist ein Tor. Okay, da kommt Panzer her. Ja, Sir. Noch 20 Minuten. Da kommt eine Menge Panzer her. Da brauchen wir ein bisschen Raketen-Unterspritzung. Ganz schön frech, meine Infantriebe zu überfahren. Ohne V2. Dann wird er den Schuss vielleicht schon vorher rauslocken. Ja, okay. Dann habe ich nicht mehr gemeikert bekommen, leider. Ich scheine so ganz wild auf meinen Minenleger zu sein. Meine Panzer haben sich nicht dahin bewegt, wo sie sich hinbewegen sollten. Schwierig, der Mikro. Endlich mal vernichtet. Shit, habe ich auch verloren. Meine Güte, die Einheiten sterben, aber auch schnell. Ich kann dich auch hier machen lassen. Sie wollen die alle mal nach vorne bringen. Hinter die Mauern am besten, weil sie darüber schießen können. Der Medic bleibt hier stehen. Der wollte weiter erkunden. Da sehe ich nochmal Fässer, da ist auch schon wieder Geld drin. Hier ist noch eine Brücke, die können wir vielleicht zerstören. Ein bisschen den gegnerischen Nachschubsweg abschneiden. Ich kann auch schon das Explodieren überall. Wunderbar. Infanterie schicken wir los. Ein bisschen Raketeninfanterie nachbauen. Du kannst ja noch ein paar Minen legen. Hier können wir mal in die Stadt reinrollen. Vielleicht können wir die befreien und kriegen ein bisschen Verstärkung. Ich kann auch hier eine Brücke zerstören. Wird gebaut. Ach, das sind feindliche Infantesten. Okay. So, da haben wir die jetzt feindlich gemacht, weil wir deren Brücke gesprengt haben. Was geht hier ab? Da fährt was weg. Ist aufgehalten. Der ist richtig schnell. Meine Panzer fahren regelrang Rose. Schlimm, ne? Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Ah, und da habe ich gefailt. Das war mein Minenleger. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Egal, wird schon nichts Schlimmes drin sein, hoffe ich mal. Der Stützpunkt wird angekündigt. Bapapapam. Ja, vermutlich haben wir einfach nur Geld verpasst. Hier sind wir. Ich greife mich an, oder was? Hier werden wir auch angegriffen, aber das sollte kein Problem sein. Jawohl. Kunde mal das Gebiet weiter. Du kannst hier weiter gucken. Einheit verloren. Hier ein Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Geht in Infanterie mit an die Front. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Hier kannst du dir die Kisten nochmal vornehmen. Äh, die Fässer. In Ordnung. Also geh mal da oben. Da scheint ein Übergang zu sein. Sehr ärgerlich, dass ich den Minenleger verloren habe. Den hätte ich gut gebrauchen können. Können wir die V2 ausschalten? Bestätigt. Sollten wir eigentlich kaputt kriegen, bis sie nachlädt. Da ist ein Mammutpanzer. Das ist... So, das war, glaube ich, ein Kisteninfanterist. Hier ist ein bisschen Erzfeld. Die könnten wir... Sind wir einmal um? Nee, noch nicht um. Verstärkungen sind... Das ist Sonderverstärkung. Meinen nehme ich natürlich gerne mit. Mordet euch mal um den, bitte. Ach, die wollen hier ihr Camp befreien. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mein Stützpunkt wird angegriffen. Fahr da mal runter, bitte. Hier haben wir abgefangen. Das ist ja nice, dass ich hier Panzer habe. Die nehme ich natürlich gerne mit. Ihr könnt mal runter zur Reparatur. Ein bisschen Infanterie können wir noch gebrauchen. Ich brauche mal einen zweiten Medic, würde ich sagen. Und den hier nämlich hochschicken. Und den hier noch 10 Minuten kriegen wir Verstärkung. Nur weil so... Ja, noch mehr Verstärkung nehme ich mal stark an. Ja, mit denen können wir eigentlich mal runterfahren. Oder wir binden erst mal das Gebiet hier oben. Vielleicht können wir irgendwas cooles snipen. Ja, hier zum Beispiel. Nice. Ich glaube, damit haben wir die Luftangriffe ausgeschaltet. Wobei die eigentlich kein großes Problem bis jetzt waren. Das war leider meine Maschinenhalle. Oder wie heißt das Ding? Ich weiß nicht, wie das heißt. Wahnsinn. Die Angriffe werden immer härter. Jetzt kommen leider auch die Mammutpanzer vorbeigefahren. Ja, das wird dem zerlegt. Solange er sich noch auf irgendwelche blöden Attrappen verlässt oder draufschießt. Eingeschossen hat, wollte ich sagen. Mal bei Hektik verliert man schon ganz den Faden, was man sagen wollte, oder? Ich will die nicht zu sehr klumpen, aber wir müssen die halt auch ein bisschen verteidigen. Schicken wir noch mal einen hoch. Der kann das hier oben mal weiter erkunden. Der kann das hier mal weiter erkunden. Die habe ich oben ganz vergessen. Ich werde mal lieber zurückstehen. Okay, hier kommen die Mix. Dann haben die wahrscheinlich noch mehr Plätze. Da haben sie. Ich habe mir die ausgeschaltet. Oder zumindest die Mix. In der Fahrt. In Ordnung, bestätigt. In Ordnung, bestätigt. Oh, Mist, da sind die ersten. Oh ne, die sind auf Bewachen. Wäre gut. Ich spare mal ein bisschen Geld. Vielleicht können wir das noch gebrauchen. Ich scheint das im Moment nicht ganz zu benötigen. Oh Gott. Eine V2 nach der anderen. Jetzt geht es aber los hier. Soll ich jetzt die V2 snipen oder gucken, ob ich die Landeplattform noch gesniped bekomme? Okay, ich glaube, der Bahnhof ist abgefahren mit der Landeplattform. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ach, ich habe hier dumm eine Mechanik. Ich habe ganz vergessen, als wäre er hier zurückziehen können. In Ordnung, ja, Sir, bestätigt. In Ordnung, ja, Sir, in Ordnung, bestätigt. Ja, Sir, reitigt. Ich schläufe mal bloß in Bewegung. In Ordnung, bestätigt. Einheit verloren. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Aha, daneben. Bestätigt. Hast du mein Schussmung angegriffen? Oh Gott. Ja, geht schon klar, Chef. Ja, auf geht's. Oh meine Güte, überall verzweifelt. Wo sind meine Panzer? Von hier nichts mehr über, okay. Ähm, gucken wir mal, dass ihr das Ding gesniped bekommt. Wird gebaut. Einheit verloren. Wir gehen jetzt los. Einheit verloren. Bestätigt, in Ordnung. Bestätigt. Einheit verloren. Bestätigt. Achtung, noch zwei Minuten. Einheit verloren. Okay, das haben wir auch verloren. Die leben aber noch, die beiden Panzer. Aber die bewegen sich mal wieder nicht. Guck mal, dass ihr das da umgesniped kriegt. Lang geht's. Oh nein, 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 nein. Natürlich bleibt das stehen. Meine Güte, dass diese blöden Panzer auch dann stehen bleiben müssen, in dem Moment, wo sie nachgeladen haben. Das ist so typisch. Wird doch bei dem auch wieder sein. Ja, natürlich. Das ist so typisch. Ach, Mann. Das ist... Dass ich nicht mal den dummen Panzer behalten kann, das ärgert mich. Ich hab da irgendwann wieder so ein bisschen was glücklich mit meinem Timing leider. Das liegt wahrscheinlich einfach nur an meinem dieser Raben-Skill, aber trotzdem ärgerlich. Okay. Wir haben Verstärkung gekriegt. Wo denn? Ah, okay. Direkt mit dem Nukewagen. Finde ich gut. Das ist so ein Problem, wenn wir kein Geld bekommen haben. Ich dachte, dass ich Geld kriege. Das wird jetzt schwierig zu werden. Hier können wir doch mal hier oben in die Basis scrollen. Ist das die Radarschatzung, die ich ausschalten soll? Kriege ich die sogar von hier oben gesniped? Das wäre mega fast. Ich probier's mal. Lass dich vorher mal reparieren. Den bauen wir hier auf. Ja, wir brauchen Geld für eine Erzraffinerie irgendwie. Die Frage ist, wie? Trotz nicht. Wo denn? Ich seh's nicht. Na. Guck mal, ob ich das vielleicht gesniped kriege. Aber einen schweren Panzer zu besiegen ist natürlich ein bisschen ambitioniert. Mit zwei leichten Panzern. Bleib doch nicht stehen, wenn ich dir sage, du wirst fahren. Mindest können wir sie zurückziehen. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwann Geld kommen. Das sind dann ab. Ich weiß nicht, bringt ihr was? Wir können noch Geld verkaufen. Wir können Abwehrtürme verkaufen. Gebäude verkauft. Jetzt gucken wir, dass wir irgendwie an Geld kommen. Ich hoffe, dass das reicht. Wenn ich das Pad hier noch hätte, könnte ich meine Fahrzeuge verkaufen. Oh, da haben wir wohl einen sauer gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der das gewinnt, wenn er unter Reparatur steht. Okay, das hat gerade so gereicht vom Geld her. Verstärkungen sind eingetroffen. Neue Bauoptionen. Einheit verloren. Einmal bitte zu sparen. Okay, ihr seid tote oben. Ja, ihr habt verloren, leider. Radarschstation steht noch. Ich kriege echt kein Geld, ne? Dann muss ich das mit den Einheiten machen. Die ich zur Verfügung habe. Vielleicht finde ich noch mal Geld in einen dieser Fässer. Die haben mir alle immer Geld gebracht. Ich hoffe, das einfach mal. Irgendwie ist die Steuerung so ein bisschen schwierig heute. Die wollen irgendwie nicht so richtig fahren, wie ich das möchte. Oh, wir haben Schiffe da kommen. Ja, Sir, in Ordnung. Wir haben es geschafft. Definitiv eine Zweitärztraffinerie. Diamanten waren ja nicht, ne? Ne, leider nicht. Oh, Testerpanzer. Die sollten wir mal direkt als erstes ausschalten. Ja, wir müssen die Radarschstation zerstören, um den Nachschub abzutappen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die ist natürlich ganz weit hinten, ne? Ich weiß nicht, ob wir da so leicht rankommen. Geht leicht mit den Schiffen. In Ordnung. Ja, Sir, in Ordnung. In Ordnung. Hier. Ja, Sir. Drei dürfen. Einmal nach hinten fahren. Damit ich euch nicht verliere. Ja, Sir, bestätigt. Erwartet Ihre Befehle. Bestätigt. In Ordnung. Erwartet Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, Sir. Okay, scheint es nicht viel zu geben. Ja, Sir, bestätigt. Erwartet Ihre Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich fährst natürlich wieder hier hoch. Sollte es eigentlich hier runterfahren. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Ja, ich lasse ihn einmal hier stehen. Mit der anderen gucken wir mal oben weiter. Der kann zumindest hier die Einheit ein bisschen beschießen, wenn sie hier dran vorbeifahren. Da könnte sich das auch lohnen, oben die Brücke kaputt zu machen. Ja, Sir. Ihr Mechanobot. Ja, Sir. Erwartet Ihre Befehle. Du kannst dich mal zu den anderen Infanteristen stellen. Oh, nee, ist gar nicht mehr hin, was so. Ist ja gefährlich. Bestätigt. Bestätigt, Herr Sir. Ihr Mechanobot. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Erwartet Ihre Befehle. Ja, Sir. Erwartet Ihre Befehle. In Ordnung. Kommt ihr mal bitte runtergefahren. Hier Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ich weiß gar nicht, warum ich die Kreuze bekommen habe. Hier scheint es keine Targets zu geben. Hier ist eine Tesla-Schule im Weg. Am besten wäre es echt, wenn ich hier Einheiten rüberbringen könnte, ne? Ist wirklich schade, dass ich die hier verloren habe. Wenn das die Radarstation ist. Aber die könnte ich von hier unten, glaube ich, mit Artillerie abschießen, ne? Das klingt doch gut. Ich glaube, das probieren wir mal. Hm. Energieniveau kritisch. Wir können auch mal die Brücke jetzt zerstören. Dann kommen da die Gegner nicht mehr rübergefahren. Dann können wir sie hier tunneln. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Sollte ja schnell gehen bei so vielen Truppen. Dann haben wir auch gleich halbwegs vernünftige Geldmittel. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Dann können wir die auch mal zerstören. Dann müssen sie hier an meinem Schiff vorbei. Bestätigt. In Ordnung. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Ich glaube, jetzt läuft das so lang. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ihr fahrt da mal hoch. Du gehst zum Medic. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Sehr gern. Du darfst nach rechts. Und dann bauen wir mal ein bisschen Energie. Bestätigt. Dann geht auch gleich mal die Panzerproduktion los. Ja, war ein bisschen stressig, der Anfang. Bestätigt. Aber eigentlich gar nicht so krass, die Mission. Melde mich in Ordnung. Okay, ich verstehe wirklich nicht, warum wir den Zerstörer bekommen. Aber. Bestätigt. Ob du da noch rausgefahren kommst. In Ordnung. Aber ganz knapp. Bestätigt. Ja, Sir. Okay, da kommt er gegen einen Griff. Bereits zum Einsatz. Ja, Sir. Das ist okay. Ja, Sir. Den Rest machen wir mit der Atellerie. Ja, Sir. Ja, Sir. Melde mich in die Einsatzung. Aber wir hier bestätigt. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen. Oh, okay. Das müssen wir aufhalten. Das können wir nicht zulassen, dass die hier einfach meine Gebäude einnehmen. Natürlich. Ganz schön frech von den Gegnern. Ja, Sir. Jawohl. Sofort. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Taktik kenne ich noch gar nicht, dass sie wirklich einen versucht, die Gebäude zu beflauen. Das ist wirklich neu. Ja, Sir. Einheit verloren. Bestätigt. Hier solltet ihr euch eigentlich... Oh, habe ich da jetzt einen eingetriggert? Geht so aus, ne? Ja. Die müssen wir einmal retten. Melde mich wie in Ordnung. In Ordnung. Sonst sind die gleich gar. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ja, macht man erst mal den Testerpanzer kaputt. Die Radarstation ist kaputt. Und ich hoffe, dass das die wichtige Radarstation war. Aua, aua, aua. Wir brauchen Silus. Ich habe das im Bau völlig vergessen. Jetzt bin ich so darauf getrimmt, dass ich keine Bars habe, dass ich natürlich nicht mehr daran gedacht habe, zu bauen. Und ich sehe gerade, ich habe schon links meine... Das noch behalten. Habe ich das nachgebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Meine Baracke. In Ordnung. In Ordnung. Zack, zack, zack. Wer ist hier noch fleißig am Kämpfen? Jetzt müsstest du ja eigentlich outrangen können. Genau. Wunderbar. Das ist kein Gebäude. Dann kommt alle zurück, bitte. Erwart ihre Befehle. Ich würde sagen, jetzt haben wir immer alles unter Kontrolle. In Ordnung. Wir brauchen runtergefahren. Ja, wir können uns gleich mal um den Sammler oben kümmern. Wir können auch mal einen zweiten Mechanic bauen. Das dauert mir jetzt zu lange. Neue Bauoption. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Guck mal, angegriffen. Ich stehe doch. Kommt ja der her. Ja, der arme Mechanic, du, der macht ja über Stunden. Der braucht definitiv ein bisschen Verstärkung. Konstruktion abgeschlossen. Und jetzt sehen wir auch mal endlich was. Meine Güte, ist das angenehm. Hier den Sammler schalten wir gleich mal aus. Wir reparieren es erstmal mal hoch. Den darf er einmal absammeln, aber die nächste Sammelfase wird definitiv unterbrochen. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. So hoch scheint der Textstand hier auch gar nicht zu sein, den wir haben. Erwarte Ihre Befehle in Ordnung. So, das ist vernichtet. Ich nehme die Artillerie einfach mal mit. Ist zwar nicht so ganz so gut zum Angreifen, aber bevor sie an der Basis steht, bleib mir meine Infanterie jetzt zur Verteidigung. Machen wir mal kaputt. Wir können auf alle Fälle mal ein paar Erztransporter bauen. Ich hatte gerade nur so viel Geld über, weil ich nichts gebaut hatte. Aber eigentlich sind meine Finanzen nicht so gut. dass ich mir das hier erlauben könnte, nur mit zwei Sammlern zu arbeiten. Da drückt der Schein. Scheint nicht zu sein. Schade eigentlich. Dann kommen wir hier vorne mit hin. Wir warten hier gerade auf den Sammler. Hier gibt es ja nichts mehr zu tun. Also wir können es eigentlich hier hinstellen und hier alles abfangen, weil alles muss durch dieses kleine Nadelöhr. Jetzt können wir auch mal abbrechen. Die Infanterie können wir auch nach oben bringen. Die kann sich hier immer um die Gebäude kümmern. Vielleicht finden wir da noch was Schönes versteckt. Äh. Auch hier. Ich kenne nichts können wir nach oben bringen. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Und hier. Bitte zurück den Markt. Natürlich. In Ordnung. Sofort. Melde mich wie befohlen. Jawohl. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ist ja in der Sammler. Ist nach oben gefahren. In Ordnung. Bleibt hier noch alle an oder bleibt hier wieder alle unten stehen? Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Ich kenne auch nur einen Sammler zu haben. Also, ich glaube, so stark gefällt sich die Bars gar nicht mal. In Ordnung. Das größte Problem wird vermutlich nur die eine Tesla-Spule hier sein. Bestätigt. Weil unsere Ramee auch eigentlich schon relativ gut gestückt ist. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Ich kenne auch nur mit Infanterie hauptsächlich anzugreifen. Kann gut sein, dass die Fahrzeuge lege nicht alle Spawns waren. Bestätigt. In Ordnung. Die Luft haben wir auch schon kaputt gemacht. Ja, den Panzer, den hatten wir schon mit Kämpf. Das heißt, es ist auch einer von den vorgefährdigten, die da einfach nur rumstehen. Melde mir in Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Ich würde sagen, ich habe ihn noch einmal kurz hoch. Wir bauen ein paar Panzer. Ja, Sir. Und dann fahren wir schon mal hoch. Ja, Sir. Die nicht zurückgeschickt. Bestätigt. Ich würde schwören, der habe ich zurückgeschickt. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ich würde sagen, wir machen jetzt unseren Angriff und nehmen wir zu, dass wir die Mission hier abschließen. Die eine Tesserspule wird uns dann nicht aufhalten. Okay, es sind zwei Tesserspulen. Die werden uns vielleicht schon aufhalten. Oh Gott. Sind die Starkte. Wir sind immer wieder, ich will nicht sagen überrascht, aber schockiert, wie stark wir sind. In Ordnung. Hilft natürlich auch nicht, wenn man währenddessen noch von V2s geflankt wird. Da könnten jetzt die Artillerie-Geschütze ganz gut sein. Wir können nämlich über den Maunen drüber schießen. Okay, das sind noch eine Tesserspule. Damit legen wir uns jetzt aber nicht mehr an. Ich glaube, da haben wir jetzt mal genug Einheiten verloren. Die ganze Armee für zwei Tesserspulen. Das kannst du auch keinem erzählen. Am besten direkt abschalten. Dann müsst ihr euch das nicht antun. Bestätigt. Ja, Sir. Sehr gern. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, zwar hier bestätigt. Fahrt die mal bitte. Das dauert sonst zu lange, wenn ihr die alle abknallt. Ich meine, ich werde die Panzer nicht verlieren, weil die werden hochgeheilt, aber ja, es geht einfach schneller, die zu überfahren. Bestätigt. Sofort. Ja, Sir. Ich werde den Medik auch mal rüberziehen. Da kann sich die kümmern, dass die schön geheilt bleiben. Wird gebaut. Gestoppt. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, wollen wir noch eine zweite Fahrzeugfabrik bauen oder hier hochfahren eine Werft bauen? Ich glaube, eine Werft wird sich nicht lohnen. Wir brauchen für die schweren Kreuzer mindestens ein Tech-Zentrum. Das haben wir leider nicht. Ihr Mechanobot, setze mich die Marsch. Ja, Sir. In Ordnung. Hier war tatsächlich nichts mehr versteckt. Ich frage mich, wer was in dem einen LKW war, der weggefahren ist. Aber vielleicht ist der noch auf der Map. Manchmal fahren die nur auf Map in, also nicht auf Map, aber on Map in irgendeine Ecke und chillen dann da. In Ordnung. Wir haben ja Infanterie über. Können wir mal ein bisschen erkunden. Erwarte Ihre Städte. Erwarte Ihre Städte. In Ordnung. Erwarte Ihre Städte. Melde mich in Ordnung. In Ordnung. Unsere Panzerarmee wächst, hätte ich gesagt. Wenn ich vergessen, nicht vergessen hätte, nicht mehr zu bauen. Ja, Sir. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Oh, oh. Tesla-Panzer. Dann könnt ihr doch Panzer bauen. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Hätte ich mal das T-Zentrum hier oben gesnipet, ne? Bestätigt. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Ja, wobei, Command Conquer ist das ja. In Red hat eins ist es ja so. Erwarte Ihre Befehle. Ich weiß gar nicht, wie es mit Fahrzeugen ist. Bei Gebäuden ist es so, wenn du sie einmal freigestellt hast. Teilweise in Tech kannst du das einfach immer wieder bauen. Deswegen gibt es ja auch oft die Strategie, dann einfach die Gebäude zu verkaufen, nachdem man es einmal in Tech freigeschaltet hat. Bestätigt. Oh, meine Basis wird angerufen, sehe ich gerade. Ich glaube, das sind wir los. Definitiv. Gegen fünf Tesla-Infantress machen wir definitiv nichts. Okay, das ist wirklich heftig. Was für Riesenarmeen, die mich angreifen. Ich hoffe, meine Infanterie kann die da unten besiegen. Das wird aber schon ganz schön schwierig, weil wir die nicht überfahren können. Das irgendwie, weil ich jetzt so lange rumgechillt habe, dass wir mir jetzt einen Strick durch die Rechnung drehen. Kinalharte. Die machen natürlich null Schaden, meine Panzer. Wollt ihr nicht mit angreifen? Hat euch eigentlich im Hotkey drin gehabt. Dass ihr bitte weggefahren kommt. Den haben wir besiegt. Und den habt ihr noch nicht gerade gemacht. Okay, Infanterie ist definitiv besser gegen dich. Greif mit. Als Panzer. Man muss natürlich nehmen, was man hat. Konstruktion abgeschlossen. Ihr kümmert euch da drum. Ihr fahrt nach oben, lasst euch reparieren. Dann greifen wir mal an. Wir haben jetzt hier lang genug gewartet, wenn hier schon irgendwelche Death-Träger getriggert werden, weil wir hier zu lange rumchillen. Was ist das denn? Da ist doch bestimmt was drin versteckt. Kommt mal ein paar Panzer hin. Komm, schafft ihr das? Sehr gern. Ihr Einsatzfahrzeug. Unzureichende Finanzen. In Ordnung. Bestätigt. Wir sind alle voll repariert. Bestätigt. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Melde mich aufgefohlen. Ich warte noch darauf, dass sie gerade die Tücher aufschalten. Und dann fahren wir los. In der Zeit reparieren wir unsere Pflanzleimer voll. Wenn wir eh nichts Besseres zu tun haben. Ach, hier ist sogar das Wegelchen. Ich hoffe, das ist keine Atombombe. Ne, ist das keine Atombombe? Genau das meinte ich, dass sie ja on-map irgendwo rumchillen. Das hat man manchmal. Hier haben wir ein Paradebeispiel. Aber es ist halt schwer. Es ist immer so 50-50. Meistens fahren sie raus. Aber manchmal bleiben sie auch stehen. Okay, jetzt haben wir wirklich viel Geld bekommen. Das hätte ich am Anfang gebrauchen können, als ich meine Bars aufgebaut habe. Wo es eigentlich so viel Knete noch kriege, hätte ich definitiv eine zweite Waffenfabrik gebaut. Jetzt kloppen alle zusammen. Und dann fahren wir hoch. Ist ja nur noch eine Tesla-Spule. Ein paar Flammentürme. Ist ja nichts mehr, was uns da auffällt. Ich war nicht nur auf der Angriff gerade eben. Ich schieße sie jetzt hin. Ich glaube, die Mauern sind auf die Flammentürme, bitte. Wir haben sogar eine Fahrzeugfabrik. Aber interessanterweise bauen sie keine. Aber vielleicht haben sie auch kein Geld mehr. Das kann natürlich auch sein. Ach doch, wir haben noch einen. Wir haben, ich würde gerade sagen, zwei. Ne, es ist nur eine V2. Ein zweiter Erztransporter. Aber das Geld werden wir mal direkt abschneiden. Das kann ja nicht sein. Und dann kümmern wir uns um die Produktion als nächstes. Flammenturm ist mir relativ egal, aber meinetwegen machen wir auch noch mit kaputt. Gut, dass er mich nie mit dem Mammut-Panzer angegriffen hat. Das hätte fies werden können. Wir stellen weiter Panzer her, hoffe ich. Ich will die Verstärkung auch mal nach oben bringen. Kann man nicht in die Tesla-Spule rein. Ja, okay, sie verkaufen schon. Das macht die Sache erheblich einfacher. Jetzt müssen wir nur einmal gerade die Infanterie platt fahren. Und dann haben wir die Mission auch gewonnen. Auf alle Fälle interessant und gar nicht mal so einfach der Anfang. Wobei das hauptsächlich bei mir jetzt ein Problem mit dem Micro war, wenn man von drei Seiten gleichzeitig angriffen wird. Das, ich glaube, für etwas qualitativ bessere Spieler ist das die Mission ein absolutes Kinderspiel. Aber wir haben uns ja auch durchgeprügelt. Hat noch ein bisschen länger gedauert. So. Oh, ein Invasor läuft hier unten noch. Das wäre jetzt noch was, wenn der jetzt noch ein Gebäude einnimmt. Ja, dann würde ich sagen... ...wird gebaut. ...bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020